Ich bin der Ram und in dem heutigen Ranked Game gibt es wieder einmal Wukong im Jungle. Ich weiß zwar, dass euch das langsam auch zum Halse raushängt, aber Master Yi und Wukong sind nun mal meine Main Champs und deswegen gibt es die halt am meisten. Ich bin ja noch dabei einen weiteren zu suchen, um zu tryharden, aber ja, die beiden brauche ich halt, um auf Platin noch zu kommen. Mittlerweile Gold 3 erreicht, dort lief das jetzt ein bisschen semi gut, sage ich mal. Ja, also ein Fehler gehabt, dann, ja, Remake war das letzte Game und so weiter und so fort, also war nicht so schön. Geflame war auch ganz, ganz böse wieder, das will ich euch natürlich nicht zeigen, solche Games, das macht dann keinen Spaß. Mir persönlich auch nicht. So, und jetzt wollen wir mit Wukong natürlich versuchen, die Ladder noch ein wenig hoch zu steigen hier. Mein Ping einigermaßen in Ordnung, nicht toll, aber was willst du machen? Solange er nicht über 100 geht, ist alles okay. Und, ja, der Techniker scheint doch etwas vollbracht zu haben. So, im Gegner Jungle haben wir einen Cain. Und jetzt wollen wir mal schauen, was hier so geht. Jetzt wollen wir natürlich erstmal den Blue Buff. Und jetzt wollen wir mal schauen, was hier so geht, was hier so geht. So, die Wölfe machen, damit dann Level 3 erreicht. So, und ab zur Krabbe. Diana gegen Fizz, sehr interessantes Matchup. Meine Reise beginnt. Meine Reise beginnt. Nein, da geht nicht viel. Top-Lang. Dein Volk kommt nicht voran. Einmal Ping erreicht. Nice. War auf mich zu pingen, du Arsch. Das mag ich überhaupt nicht, wenn man im Fight ist und dann gepinkt wird. So, aber er hat First Blood geholt am Cain. Das ist sehr gut. Oh, das könnte der nächsten Kill geben. Jawohl, gibt es auch. Ja, ein fetter Darius ist immer eine feine Sache. Im Late Game zwar nicht mehr so doll, weil er echt meisten Schwierigkeiten hat, an die Gegner ranzukommen. Ich hab's. Ich hab. Ich hab. Ah, die Ganks sind nicht die besten vom Cain. Geht meist eher so ein bisschen in die andere Richtung los. Okay, alles cool. Darius Blutrausch. 3-0. Oh, Draven auch ein Kill. In diesem Game läuft es mal wieder auf allen Lanes ganz gut. Ich hoffe, dass das jetzt nicht immer hin und her geht. Gutes Game, schlechtes Game. Und Base. Oh, Bluba Fuhlen. Und Diana holt den Fiss. Läuft wirklich auf allen Lanes. Keine Sekunde. Keine Bot-Line. Okay. Ja. Das war's für heute. Ja, dann müssen wir aber Base zum Drake. Jetzt ziehen wir uns direkt mal die schnellen Schuhe an. Da ist die Leona. Kein Topside Jungle. Hat die da jetzt echt coolt? Ja, da ist die Leona. 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 Ja, da geht aber nichts. Dammit. Doch, jetzt. Oh, ich wusste es, dass er kommt. Ja, da ist die Leona. Ja, da wurde getötetet. Jawohl. Sehr schön. Läuft. Oh. Ja. 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 Hab dich. Wow. Ja. 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 Ah. Wer stellt mein Können in Frage? Turmpanzerung wird bald durchbrochen. Du hast einen Gegner getretet. So. Ich muss noch mal einen Beschmane auftanken hier. Jupp, können wir rüber zum Herold. Oh, Gegner sind dran. Dich kriegen wir meinen Freund. Oder auch nicht. Loy. Ist der Gangster denn da rausgekommen? Hm. Tja, ich weiß das auch nicht, Nami. So, aber für mich sieht das schon richtig gut aus. Richtig schön. Fett. Guter Farm. Kills. Aziz. Drakes. Alles gut. Das sieht aus, als könnten wir weiterklimben. Climb. Ich hoffe, wir machen auch damit keine Dummheiten. Aber das sieht jetzt nicht ganz so doll aus. Was? 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 Haben sie sich aber direkt alle wieder zurückgezogen. Ruhe, keine Sekunden. Dann Halt zu werden. Tun와. Laatmäh. Okay. Oh! Ey, ey! Doch! Helft eurem Rami! Helft eurem Rami! Ah! Jetzt haben sie mich! Ah! Ah! Ah, da kam mein Team auch ein bisschen später, um mir zu helfen. Hm? Ah! 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 21-7 Führung, das sieht richtig gut aus. Ah! 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 Ja! Ah! 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 Ignite in seiner Ult. Ja, können wir natürlich easy machen jetzt am Baron. So, ich nehme mal noch die Krabbe mit. Und die Gegner geben schon auf. Schneller Sieg nach 20 Minuten. Und ich hoffe, euch hat das Game gefallen. Und es heißt weiter Climpen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Aran. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.